Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Asse von PapierOase, euer kreativer Chaoskopf und ich mache heute eine Art Journaling Seite. Ich habe Lust wieder auf Art Journaling, habe mir meine restlichen Sprühfarben rausgeholt. Ich werde, also ich habe es zumindest vor, nicht wieder so exzessiv in das ganze Thema einzusteigen. Also ich hatte ja damals ausschließlich Art Journaling, Mixed Media in die Richtung gemacht und dann kauft man die Sprühfarben und dann kauft man die Pulverchen und dann hat die Firma neue Pulverfarben und neue Sprühfarben und dieses und jenes und alles braucht man natürlich. Man braucht zig verschiedene Pasten, man braucht Heavy Body Gel, man braucht Normales, man braucht Gesso, man braucht dieses und jenes. Nein, braucht man eigentlich nicht und ich möchte versuchen, dass ich mich da nicht wieder so verrenne, weil halt einfach auch viel Zeug zusammenkommt und ich sehe ja, ich habe immer noch die Farben. Also gut, also die, wo ich jetzt gerade benutze, das ist noch aus der Zeit, wo ich bei Kreativ-ID im Direktvertrieb war, aber die andere mit, die da oben, die linke, also die ist schon wirklich älter. Das Problem bei den Sprühfarben ist auch, dass die einfach sehr schnell kaputt gehen. Also teilweise sind sie von Anfang an so, dass sie nicht gescheit sprühen, teilweise nach kurzer Benutzung, also die sind auch noch nicht mehr eingetrocknet oder so, aber die Sprühköpfe gehen bei einigen Sprühfarben nicht mehr. Das ist ziemlich nervig, jetzt hat auch noch der Sprühkopf von meiner Wasserflasche einen Geist aufgegeben, auf einmal, also die habe ich bestimmt schon drei Jahre. Die Sprühflasche ist auch von einer Marke, hat auch gut Geld gekostet, aber sie geht nicht mehr. Du kannst den Ding drücken, wie du willst, es kommt kein Wasser raus, also das nervt mich ziemlich. Deswegen habe ich mir jetzt einfach für unter einem Euro so ganz billige kleine Fläschchen bestellt, da ist es dann egal, wenn die nicht mehr gehen, dann bestellt man sich die nächste. Aber es ist halt ärgerlich, wenn man sechs, sieben, acht Euro für so eine Sprühflasche bezahlt und dann geht sie nach kürzester Zeit nicht mehr. Ja, ich denke bei dem Projekt ist Schauen mehr als wie das Reden, deswegen werde ich zwar mit euch ein bisschen quatschen, ich werde ja noch ein richtiger Unterhaltungskanal und ihr schaut einfach und lasst euch inspirieren. Es sind jetzt keine schwierigen Techniken, die da zum Einsatz kommen, so Hintergründe machen mit Sprühfarben, macht halt mega viel Spaß, weil man halt einfach rumsprühen kann. Man muss auf nichts achten, man macht auf was man einfach Lust hat oder was man da hat. Ihr habt gesehen, ich habe das mit so einer kleinen Plastikfolie erst gemacht und da kann man gut diesen Wasserfarbeneffekt auch, also dieses verschmierte erstellen und ihr könnt so Luftpolsterfolie auch nehmen, das ergibt auch einen schönen Effekt. Ach, ich werde da noch viel machen, weil ich habe mir so ein Album jetzt gebunden mit Aquarellpapier, da ist viel Platz drinnen und da wird noch einiges zum Einsatz kommen. Ja, jetzt wollte ich euch ein paar Worte zum Kanal noch sagen. Da ich in letzter Zeit, ich glaube es hat im August angefangen mit den Junk Journals, viele Junk Journals gemacht habe, ist es natürlich mit der Zeit ein bisschen schwer Content für Videos zu erstellen, weil jedes Mal das mitzufilmen, wenn man Junk Journal macht, ist halt nichts Neues. Also das Einzige, was dann immer neu ist, sind halt die Designs und ja, selbst die Zusammenstellung, die Arbeitsweise, die halt jeder Junk Journaler für sich hat, ist halt letztlich dann schon immer gleich. Ja, deswegen sind halt auch relativ wenig Videos gekommen, also wenn man das vergleicht mit früher, wo ich teilweise in der Woche wirklich zwei, drei Videos rausgehauen habe und das wirklich über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum. Es ist natürlich bei den Junk Journals, wenn du die erstellst, ein bisschen schwierig, ja. Ja, auch die, wie sagt man, das Dekor oder was man halt in der Junk Journal einfügen kann, wie Taschen oder Paperclips, ist halt irgendwann mal immer das Gleiche, ja. Und ich kann das zehnte Video zu Paperclips machen mit einem anderen Papier, mit anderen Elementen, aber letztlich ist das Erstellen an sich halt immer gleich. Und klar ist es nicht jedermanns Sache, auch immer nur solche Flipthroughs dann anzuschauen, weil sie sich sagen, ja okay, was bringt mir das? Das, wobei ich ja immer wieder betone, generell habe ich den Kanal ja deswegen gemacht, um Leuten, die immer meinen, sie sind unkreativ und sie können das alles nicht, um diesen Leuten zu zeigen, schaut her, wenn ich sowas kann, dann kann das jeder, weil ich halt generell, habe ich ja in alten Videos schon mal öfters erwähnt, überhaupt kein kreativer Mensch war, bis ich 2019 eben mal mein erstes Album gemacht habe, bis dahin war ich, habe ich mit Basteln überhaupt nichts zu tun gehabt, also überhaupt nicht, ja. Und ich möchte halt den Menschen, die immer meinen, sie können das nicht und sie sind so unkreativ, diesen Menschen halt zeigen, nein, ihr könnt das auch. Vor allem ist ja immer so, wie ich immer sage, schön und gut ist es dann, wenn es euch gefällt. Ich habe auch momentan so einen kreativen Break drinnen, der dadurch gekommen ist, dass ich jetzt doch relativ krank war und also überhaupt keine Motivation und auch gar nicht die Kraft hatte, mich am Basteltisch zu setzen. Ich bin ja, am 24. Dezember sind wir zurückgekommen aus dem Urlaub und mein Mann und ich waren beide krank mit, ich sage es jetzt mit Grippe, also Corona war es nicht, nennen wir es mal Grippe. Aber das muss irgendwas gewesen sein, keine Ahnung, was uns da erwischt hat, aber wir waren sowas von ausgenockt. Bei meinem Mann ging es dann nach zwei Wochen wenigstens langsam wieder aufwärts, beziehungsweise bei dem ging es eigentlich so Tag für Tag aufwärts und bei mir ging es Tag für Tag immer schlechter. Und ich bin dann am 2. Januar doch mal zum Arzt gegangen und habe dann nur zu ihr gemeint, bitte machen Sie mich wieder fit, weil ich halt, also diese ganzen Grippesymptome, die waren noch gar nicht mehr das Schlimme, aber dieses einfach gar keine Kraft zu haben. Also wirklich null Kraft und da kam dann bei einer Blutuntersuchung auch heraus, dass meine Entzündungswerte extrem hoch waren. Also, wie meinte sie, bis 5 ist es normal, ich hatte 188 und sie hat dann auch gesagt, also da ist schon einiges los bei Ihnen, habe dann natürlich Antibiotika bekommen. Dann wurde es also sehr, sehr langsam, schon besser, aber wirklich sehr langsam. Ich kenne das ja noch von Erkältungen, Grippen, Grippe, glaube ich, habe ich noch nie gehabt, aber selbst als ich Corona hatte damals, war wenigstens nach dem, da war ein Tag mal schlimm, der zweite, da hingen wir dann noch so ein bisschen durch, aber dann ging es so aufwärts einfach und es ging nicht aufwärts und das hat mich auch so frustriert und ich konnte nicht an dem Tisch sitzen. Also, ich hatte die Kraft einfach nicht und das ging fast vier Wochen so und das war so ein bisschen ein Break in meiner Kreativität auch irgendwie. Dann kam hinzu, dass ich gar nicht wusste, was soll ich jetzt basteln, was soll ich eigentlich machen. Junk Journal ist so wieder ein bisschen auf der Seite, weil ich einfach seit August fast ausschließlich Junk Journals gemacht habe und ich bin halt einfach so ein Mensch, der sehr, sehr lange sich in irgendwas wieder total vertieft, das lange macht, weil ich einfach Spaß dran habe und ich habe halt immer gesagt, ich mache das, was mir Spaß macht. Und deswegen bin ich auch weg von diesem ganzen Selbstständigen, um mir einfach auch keinen Druck zu machen, etwas machen zu müssen, weil man es verkauft oder keine Ahnung, weil man es halt verkauft. Weil dann habe ich einen Druck und wenn ich einen Druck habe, dann habe ich keinen Spaß an der Sache. Jetzt habe ich wieder das Art Journaling ein bisschen entdeckt, einfach auch aus dem Grunde, weil ich, das war dann so der zweite Frust, der jetzt bei mir irgendwie hochkam. Ich habe immer mal wieder so phasenweise einfach, wohin mit dem ganzen Zeug, das du bastelst. Gut, für das, dass ich jetzt wirklich seit, Wahnsinn, fünf Jahren, also 2019, wenn man so sagt, das klingt, finde ich gar nicht so weit zurück, aber wenn man es dann in Jahre umrechnet, fünf Jahre, also Wahnsinn, wo ist die Zeit hin? Na ja, auf jeden Fall für das, dass ich das jetzt fünf Jahre mache, habe ich nicht viel. Also das beschränkt sich wirklich auf so eine Faltbox, die man so in die Kallaxregale reintut. Mehr habe ich eigentlich gar nicht. Aber trotzdem ist es mir in Anführungsstrichen zu viel, weil ich mir denke, okay, jetzt hast du nur die kleine Box, aber wenn ich jetzt weiter mache mit Verpackungen, mit Boxen, ihr wisst, ich mache auch gerne solche Boxen. Ich habe ja auf dem Kanal, ich glaube, zwei oder drei Videos, die Boxen mit diesen schrägen Deckeln drinnen. Da habe ich selbst sogar jetzt drei für mich selber im Einsatz. Dann habe ich ja diese anderen Boxen da gebaut, wo ich lange auch rumprobiert habe. Deswegen habe ich viele Prototypen da auch. Die sind jetzt auch in Gebrauch bei mir. Aber alles, was ich jetzt an Boxen machen würde, wäre etwas für diese Kiste. Man hat ja auch nicht ständig Leute, die man beschenken kann oder denen man irgendwie, keine Ahnung, eine Schokolade jetzt mitbringt und man sagt, okay, da kann ich die Verpackung jetzt benutzen. Also habe ich persönlich jetzt nicht. Und deswegen bin ich jetzt wieder mal an einem Punkt, wo ich sage, wohin, was soll ich mit den Sachen machen? In der Kiste sammeln und in ein paar Jahren schmeißt du dann die komplette Kiste weg, weil du sagst, okay, das ist jetzt eh altes Zeug. Jetzt haben wir es lang genug aufgehoben, jetzt können wir es wegschmeißen. Und das bremst mich halt momentan, merke ich wieder, total aus. Und deswegen habe ich mir jetzt eben so ein Album auch gemacht mit diesem Aquarellpapier. Und ja, da habe ich jetzt ein Album und da mache ich jetzt meine Art schon in den Linkseiten, Mixed-Media-Seiten rein. Und ich habe ja schon von denen, von dieser Art habe ich ja schon mehrere. Und klar, es wird natürlich die Frage von einigen kommen, ja, und was machst du dann damit? Ja, nee, man macht im Endeffekt nichts damit. Man holt es halt vielleicht mal ab und zu mal raus und schaut sich das an und schaut an, was man gemacht hat und hat bei manchen Dingen wahrscheinlich so einen Wow-Effekt. Wow, das habe ich gemacht. Bei manchen Dingen wird man sich denken, so, was habe ich denn da gemacht? Es ist im Endeffekt nichts anderes als irgendein Fotoalbum, wo man sich Fotos von früheren Urlauben anschaut. Klar ist es letzten Endes etwas, was irgendwo im Regal, im Schrank rumsteht. Ja, und deswegen wird es in nächster Zeit wahrscheinlich sehr Art-Schonelling-lastig sein. Wie zu Beginn gesagt, was ich aber wirklich vermeiden möchte. Also ich hoffe, ich halte mich dran, aber die, die mich kennen, die wissen auch, dass ich schon öfter gesagt habe, na, niemals. Und letzten Endes habe ich dann doch, weiß ich nicht, die Sachen gekauft oder wie auch immer. Jetzt bin ich Stand momentan ist, dass ich sage, ich möchte auf keinen Fall, weil gerade beim Art-Schonelling und beziehungsweise beim Mixed Media, da gibt es ja so viele Materialien, ja, angefangen bei Stiften. Ich habe jetzt hier gerade so alte Ölkreiden sind das, aber es sind halt billige. Vielleicht erkennt ihr die Marke und dementsprechend tun die eben nicht das, was sie tun sollen. Aber wie gesagt, da gibt es ja so tolle Stifte und ich glaube, viele habe ich noch, ich fette jetzt gar nicht mehr der Name ein, die wollte ich damals auch unbedingt haben, sind auch nicht billig. Weil das Zeug ist auch nicht billig, ja. Und ich denke mir mal, seit der Zeit, wo ich eben Mixed Media Art Journaling gemacht habe, sind ja die Preise auch explodiert. Und wenn man sich schaut, was zum Beispiel auch diese Distress Oxides mittlerweile kosten, das ist ja Wahnsinn. Und ich habe damals viele von diesen Distress Oxides verkauft. Ich war aber jetzt auch noch nie so ein riesen Fan von diesen Stempelkissen wie manch andere. Da waren es einfach die Farben, die mich da verleitet haben, warum ich ein paar gehabt habe. Aber ich habe dann, wie gesagt, viele verkauft. Und auch da habe ich mir gesagt, es reicht, wenn du dieses Vintage-Foto hast, wo du einfach deine Ränder distressen kannst. Und mehr brauchst du an Farben nicht, weil du sowieso nicht farblich stempelst. Ich habe Gott sei Dank von den Lindys Pulverfarben, die habe ich damals, glaube ich, auch nicht verkauft. Also zumindest habe ich einige noch hier. Und du kriegst ja das Zeug auch fast gar nicht leer, ja. Also vor allem jemand wie ich, der dann einfach wieder sagt, okay, jetzt reicht es wieder mit Mixed Media oder mit Art Journaling. Jetzt machen wir wieder was anderes. Ich habe die seit damals, also sagen wir mal 2020, als ich angefangen habe, mir das Zeug alles zusammen zu kaufen, habe ich diese kleinen Döschen. Ich kann mich erinnern, damals dachte ich noch so, mein Gott, sind die klein und so teuer. Aber habe dann sehr schnell gemerkt, wie wenig man davon braucht und wie lange diese kleinen Döschen halten. Dann habe ich ja auch noch dieses ganze Embossing-Zeug, ja. Aber Embossing nutze ich ja auch total wenig, weil ich da einfach immer auch zu faul bin. Und habe da noch ewig viel, also wie gesagt, ich möchte es vermeiden, dass ich jetzt wieder anfange. Ich habe ja auch die ganzen Pasten gehabt, also fragt mich nicht, wie ich vorhin eingangs schon erwähnt habe. Heavy Body Gel, normales Gesso, durchsichtiges Gesso, schwarzes Gesso. Schwarzes Gesso habe ich nie verwendet. Also wie gesagt, das möchte ich alles vermeiden, dass ich mir da wieder Zeug zusammenkauf, das dann einfach rumsteht, ja. Und klar, ich habe es schon genutzt, ja. Aber wie eingangs erwähnt, ich glaube, ich habe von den meisten Sachen nie ein zweites gekauft. Also sprich, dass man sagen kann, ich habe jetzt mal einen so einen Kiegel auch leer, jetzt brauche ich wieder was Neues. Das ist bei mir eigentlich sehr, sehr selten, außer jetzt Kleber, es ist selten, dass ich mir irgendwas nachkaufen muss, weil es leer ist. Auch bei den Stempelkissen, ich kriege die gar nicht leer, das Zeug, ja. Weil man halt einfach auch zu viel hat und das möchte ich einfach vermeiden. Und ich hoffe, ich halte mich da dran. Und ja, jetzt habe ich übrigens mir die Kreativbox von Alexandra Renke bestellt. Ich wollte die schon im Januar haben, aber da haben sie keine neuen Abonnenten aufgenommen. Und jetzt kam die freudige E-Mail, dass jetzt wieder geht, dass sie Abonnenten aufnehmen. Und da möchte ich die Kreativbox davon haben. Da sind dann auch mal Stanzen drin oder auch mal Stempel drinnen. Genau. Und da lasse ich mich jetzt mal ein halbes Jahr zumindest überraschen, was da immer so drinnen ist. Und weil ich eigentlich auch gerade so Bastelmaterial in letzter Zeit wirklich wenig gekauft habe. Und ich meine, wir Bastler, wir brauchen das doch, dass wir uns ab und zu was gönnen und dann freudig ein schönes Päckchen auspacken können und uns an unseren Schätzen erfreuen können. Aber ja, dadurch, dass ich beim Chunk Journaling, äh nicht beim Chunk Journal, doch beim Chunk Journal, Art Journal, Chunk Journal, die kommen schon ganz durcheinander, mir die Papiere auch jetzt immer selber ausgedruckt habe, habe ich ja auch nie Designpapier gekauft. Und ja, man brauchte schon ab und zu mal so ein Päckchen und die freudige Erwartung und dann das Auspacken. Und ja, deswegen habe ich mir die Kreativbox jetzt gegönnt. So, das soll es jetzt auch gewesen sein mit dem Gequatsche. Die Seite ist jetzt dann eh fertig und ich lasse jetzt den Rest noch laufen mit ein bisschen Musik. Und ja, ich hoffe, die Seite gefällt euch und ich konnte... So, das WordArt schließt jetzt das Ganze ab. Für mich gehört auf so eine Art Journaling-Seite meistens ein WordArt mit drauf. Ich habe ja auch immer noch die ganzen WordArt-Sticker. Die einen, das sind in Anführungsstrichen normale, die anderen, die sind so ein bisschen bissig, bissig bis bösartig. Ich mag ja sowas. Ich habe ja auch meine Dilution-Stempel und da habe ich ja auch ein Set, das ist ein bisschen böse. Und manchmal habe ich so Bedenken, ob die Leute das verstehen oder ob die Leute das vielleicht einem übel nehmen, wenn man solche Seiten mit so ein bisschen bösen Sprüchen macht. Aber ja, wie gesagt, ich mag das total gerne. Darf auch mal ein bisschen bissig sein und ein bisschen böse sein. Muss nicht immer alles lieb und nett sein. Ja, also das war jetzt mal eine Seite von mir und ich hoffe, sie gefällt euch. Und ich sage auf jeden Fall mal danke, dass ihr wieder reingeschaut habt. Und auch mal ein großes Dankeschön an die ganz vielen neuen Abonnenten, die dazu gekommen sind. Beziehungsweise sind auch die Klicks ein bisschen hochgegangen. Natürlich immer noch bei mir ganz, ganz, ganz dezent wenig und klein, aber im Vergleich zu vorher ist es ein bisschen mehr geworden. Und ich danke natürlich jedem, der bei mir vorbeischaut und meinen Kanal abonniert und die Videos schaut. Und ich sage an der Stelle dann mal danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.